Sie sind Journalist? Und Sie berichten über wissenschaftliche Themen? Sie recherchieren mit Leidenschaft und ordnen die komplexen Zusammenhänge unserer Welt ein. Wir wissen, wie anspruchsvoll Ihre tägliche Arbeit ist. Hut ab, dass Sie da nicht den Überblick verlieren, wenn es um überlebenswichtige und gesellschaftspolitisch relevante Fragen geht. Gesundheit, Umwelt, Technik, Energie. Bei all diesen Themen spielt Wissenschaft eine wichtige Rolle. Wenn Durchbrüche in der Forschung Menschen verunsichern, dann heißt es schnell handeln, Einordnung bieten, Zusammenhänge klar machen. Aber wie sich unter Zeitdruck im Wald von Fragen, Nachrichten und Disziplinen der Wissenschaft orientieren? Wie die relevante Frage und die richtige Antwort aufspüren und im Dschungel selbsternannter Fachleute den entscheidenden Experten finden? Wie sollen Journalisten ein Gegengewicht zu Meinungsmachern, Populisten und Lobbyisten schaffen, wenn alle 13 Sekunden eine neue wissenschaftliche Publikation erscheint? Die müssten alle gelesen und bewertet, Wichtiges von Unwichtigem getrennt werden. Und welche Studie ist gesponsert oder welche nur vermeintlich fundierte Publikationen gehört entlarvt? Da wünscht man sich doch zehn Augen, 20 Hände, 48 Stundentage, ein paar Gehirne und einen ganzen Haufen fähiger Experten an der Hand, die man jederzeit befragen kann. Aber das ist kein Traum. Das Science Media Center bietet genau das. Zusätzliche Augen, Hände und fähige Köpfe, die es sich zur Aufgabe machen, Journalisten bei ihrer, wie wir finden, demokratisch höchst relevanten Arbeit zu unterstützen. Das SMC, unser Dienst von Wissenschaftsjournalisten für Journalisten, schafft ihnen wertvolle Zeit, ist verlässlich, unabhängig und kostenfrei. Warum kostenfrei? Damit sie frei arbeiten können, ohne jede Verpflichtung. Wir dagegen verpflichten unsere Förderer, die Autonomie unserer Redaktion zu wahren. In der Erkenntnis, nur glaubwürdiger Journalismus und integere Wissenschaft befruchten demokratische Debatten. Wir wollen damit in Zeiten von Populismus und Lügenpresse ein Gegengewicht bieten. Seriösen und fundierten Journalismus fernab von Meinungsmache ermöglichen. Wir bieten im täglichen Datenstrom in wichtigen Teilbereichen Orientierung. Wir sind Spezialisten, die Flut der Publikationen und Studien zu scannen und sie nach Relevanz für Journalisten einzuordnen. Unsere Redakteure erkennen wichtige Themen in Forschung und Gesellschaft. Zu Nachrichten, die schon in den Medien hochgekocht werden, wollen wir verlässliches Wissen und Einordnung bieten, damit Tatsachen nicht so Meinungen verwässern. Wir wollen die richtigen Fragen stellen und zwar den richtigen Experten, die von uns die relevanten wissenschaftlichen Publikationen noch vor dem Erscheinungsdatum erhalten, diese kommentieren und kritisieren. Diese fachkundigen und in ihrem Urteil unabhängigen Expertisen stellen wir eins zu eins allen bei uns akkreditierten Journalisten zur Verfügung. Exklusiv. Wichtig ist, wir liefern nur die Zutaten, verfassen selbst keine Berichte. Die Geschichte, rund um Fakten und Einordnungen zu einem konkreten Anlass, muss und soll das kreative Vorrecht der Journalisten bleiben. Wir vom Science Media Center sind nicht klüger als all die anderen. Wir sind nur Experten, die wissenschaftliche Landschaft zu durchforsten und relevante Expertisen zu wichtigen Themen auf den Schirm zu bringen. Die, die uns schon vertrauen. Profitieren Sie von unserer Expertise. Lernen Sie uns kennen und akkreditieren Sie sich. Science Media Center. Wir lieben Aufklärung.